Musik Beim Verein Zukunft Bozen handelt es sich um einen Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die endlich eine Weiterentwicklung von Bozen vorantreiben möchten. Wir möchten auch die Chancen nutzen, die sich derzeit bieten für die Entwicklung von Bozen. Wir sind ein Verein, der politisch unabhängig ist, weltanschaulich unabhängig ist und wir einfach die Bürgerinnen und Bürger von Bozen sowie auch die Südtiroler vertreten möchten. Es gibt natürlich mehrere Themen, die dieses Projekt vorsehen. Mit diesem Projekt KVs Bozen wird endlich einmal die Möglichkeit geschafft, dass Arbeitsplätze errichtet werden mit der Einbindung von Südtirolunternehmen beim Bau, wie auch natürlich dann danach langfristig werden sichere Arbeitsplätze garantiert. Für Bozen ein ganz, ganz großes Thema ist eben das Verkehrsproblem. Da sieht das Projekt Verkehrslösungen vor, das heißt eine Verkehrsberuhigung, eine neue Infrastruktur für den Busbahnhof, der jetzt in einem sehr, sehr schlimmen Zustand ist. Auch werden eben Grünflächen vorgesehen, eine erwartete Fußgängerzone, Ruhezonen. Aber man muss auch in Betracht ziehen, dass dieses Projekt sehr wichtig ist für die Konsumenten, dass das Kaufangebot erweitert wird, dass man zu attraktiven Preisen einkaufen kann. Der Verein wendet sich grundsätzlich an alle Interessierten, alle, die daran glauben, dass man was bewirken kann, an alle Südtiroler, weil das Projekt ist landesübergreifend, das heißt, es betrifft das ganze Land. Natürlich wären wir so froh, wenn sich Interessierte bei uns melden. Wir haben jetzt die Möglichkeit geschafft, sich auch online anzumelden. Und ich appelliere natürlich an alle, die wirklich interessiert sind und wirklich was bewegen möchten, sich da einzuschreiben.